Herzlich Willkommen zurück zu deiner Let's Play. Maik war weiterhin hier mit Jan. Hallo. Jetzt könnt ihr mal alle unten in die Kommentare schreiben. Alles Gute zum Geburtstag, Jan. Der hat heute Geburtstag. Das Gute, Jan, zum Geburtstag. Moment mal. Moment mal. Die wissen ja nicht, wann wir aufnehmen. Oder wann die Folge kommt. Aber schreibt trotzdem mal drunter, wäre sehr nett. Wir haben hier das Zollamt. Jan muss da diesmal sein... seinen Palast weiterbauen. Ja, oder? Sollte er es nicht bei lässt, glaube ich. Richtig. Mal gucken. Ich muss weiterhin die Schafe erstmal scheren. Alles wird auch schon gemacht. Oh ja. Alles schon nackig. Alles schon nackig gemacht? Alles ist fein gemacht. Ich glaube, du hinkönnest. Machen die anderen. Ja, ich muss aber... Achso, wir können ja die Wolle in eine Kiste von denen hier machen. Wenn ich jetzt wieder wüsste, was ich hier vorhatte. Oder wie der Plan aussah. Das ist ja dein Problem. Das ist unsere Welt, also unser Problem, ja. Ich habe keine Ahnung. Ich habe letztes Mal alleine aufgenommen. Ich brauche auf jeden Fall... ...die Steine. Ja, geh ins Lager. Wir haben ja nichts. Nein, gar nichts. Also wenn Jan mal hustet, Leute, oder so. Ja, er ist halt krank. Ich geh nach Hause, mir geht's super. Er ist super. Ja, also... ...Ihm geht es nicht so... ...prickelnd. Drücken wir es mal so aus. Ich stehe überhaupt gar nicht mehr. Er hat unten noch in unserer Spiele was gebrannt, glaube ich, oder? Ja, du hattest was. Da war ja nicht jemanden vor 20 Folgen mal mit reingepackt. Ja. Alter, hier unten bei den Schafen, Alter, geht voll die Poster. Ja, wie geil das hier unten ist. Ganz viele Schafe, die sich an mich rummeln. Dann fühlst du dich zu Hause, was? Ja, meine ganzen Brüder, Junge, muss ich die Haare schneiden. Hallo, Brüder. Ich weiß, dass ihr in die Folgen guckt. Oh Gott. Ich krieg wieder einen dummen Spruchmechster, wenn sie mich sehen. Begleichst du mich mit dem Schaf, ey? So, wollen wir mal hier. Weiter, Bau hin. Und hier ein paar Kühe, ne? Guck mal, Pferde, hallo. Hör auf, immer dein Schwänzchen gerade zu stellen. Sieht ja pervers aus. So. Ja, was möchtest du mir sagen damit, mit deinem So? Du bist schon so ein richtiger Let's Player, der immer So. So, wenn man nicht weiß, was man sagen soll. So. Richtig, dass dann alle so gefasst zuhören. So, also, ja? Ja, was willst du sagen? Ja? Und da konnte einfach gar nichts sein. Ich glaube, ich sage immer, äh... So. Hört, hört. Hört, hört. Es geht weiter. Aber brauchst du, dass es einfach nur Röps nur gut ist? Röps? Wir wissen nicht, was wir sagen sollen. Vielen Dank. Aber grau sieht schon ziemlich gut aus. Wir haben jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, neun, sechs schon. Ja. Ist ja schon mal zehn Prozent vom Flugzeugträger. Zehn Prozent. Nicht mal ein Prozent, glaube ich. Ja gut, es macht ja nichts. Es ist, das Vote war, oder der Vote ist sogar noch unten drin. Also, ihr könnt immer noch abvoten, ihr könnt immer noch voten, wenn ihr wollt. Also, der Vote ist immer noch unten drin. Aber übrigens tut zwar gar nichts mehr, weil Flugzeugträger einholen wir, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube auch nicht. Also, der Vote ist auf jeden Fall noch unten drin in der Liste. Also, wer gerne noch abstimmen möchte oder wer neu ist, kann das gerne noch machen. Immer noch vollziehen. Richtig, also das ist nicht das große Problem. Das Problem ist ja einfach nur, dass wir da nicht mit gerechnet haben, dass es der Flugzeugträger wird. Sonst hätten wir nämlich schon frühe Wolle gefarmt. Aber, mein Gott. Also, mich stört es jetzt absolut gar nicht. Nö. Wir können ja sowieso nicht anfangen, weil uns einfach Materialien fehlen. Aber. Ja, wir hätten für das Containerschiff genauso farmen müssen. Richtig. Ja, das Problem, oder es ist ja eigentlich gar kein Problem, aber der Hauptpunkt ist ja einfach, dass wir. ähm, wie heißt es, uns vorher gar keine Gedanken gemacht haben ums Farmen, wenn man ganz ehrlich ist. Also, wir sind beigegangen und haben gesagt, ja, wir gehen jetzt bei und machen, äh, Boote. Mhm. Aber ich muss auch sagen, ich finde es auch besser, gerade so ein paar Schafe abzuscheren zu gehen, statt, äh, wie heißt es, äh, in die Mine gehen zu müssen und, was weiß ich, 5000 Sachen zu farmen. Oder ein Neta, oder was weiß ich. Aber halt den großen Vorteil, weißt du, dass wir dann die ersten paar hundert Folgen das gemacht haben, richtig hart gefarmt. Ja. Also, weil die jetzt alles auf Lager haben, so gut wie. Ja, sowas wie Wolle oder sowas fehlt halt, ne? Ja. Das ist ja eigentlich auch nicht unbedingt so tragisch. Aber wenn du dir überlegst, in der Zeit, wo wir jetzt die Wolle farmen, was wir, ja, ich baue hier das Zollamt, baue das Rathaus, also, ja, was will man mehr? Ja. Es wird fleißig gebaut. Das stimmt. Wo ich mit dem Zollamt, habe ich vorhin schon zu Jan gesagt, Leute, nicht zufrieden bin, aber, ja. Was man da jetzt aber auch dran ändern kann, fällt uns beide aber jetzt in dem Sinne auch nicht ein. Ich glaube, wir haben alle, ne, ein, ein Schild. Oh, ist das Schild. Ich finde das cool hier mit den, benutze voll viel jetzt dieses Menü zum Bauen, wo du draufklickst und dann automatisch die Sachen da reingehen, also. Keine Ahnung. Ich habe mir das immer gewünscht in Minecraft und jetzt hab ich es und jetzt nutze ich es auch, also, ja. Ja, Leute. Jan meinte, wir sollten vielleicht noch ein paar Bilder nehmen. Äh. Muss ich erstmal gucken, wo ich die habe, weil wie man Bilder baut, das weiß ich absolut nicht. Ja. Wir melden. Wolle, Stickys oder so. Ja, Wolle und Stickys. Na, klasse, Alter. Ja, ich muss Wolle holen. Wir haben ja nichts. Ich glaube, ich kann schlafen, oder? Ne, noch nicht. Ja. Jawohl, Junge, ich brauche einen Stack Wolle. Ich nehme jetzt einfach hier. Aber der Unterschied ist da nicht, ne, ob ich weiß nehme oder gelb oder so, das spielt keine Rolle, ne? Nein, kannst du, glaube ich, alle nehmen, glaube ich. La, 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 la. Warum? Achso, ich habe nicht genommen. Stickys. Ja, Spi, sag das doch einfach. Ja, echt. Ja, genau. Ein Gemälde habe ich gekriegt, Alter. Boah. Boah. So beschissen. Ui! Das ist etwas, etwas groß. Yeah, das lassen wir da drin. Fürs Zollamt genau das Richtige. Das brauchen wir. Äh, Heier machen. Ich liege. Vor dem bösen Menschen. Ja, ich sehe sie schon. Oder ich höre sie schon. Ich rieche sie. Ich schmecke sie. Hör, warte. Boah, voll der Schnodder. Ja. Ach, ich musste Bäume stellen gehen, Alter. Bäume ist bei uns, ja. Du holst aber irgendwie gar nicht. Nein. Aber wir haben auch überall nur diese Krüppelbäume. Leute, sorry. Ich habe da letztes Mal schon so ein bisschen negativ bewertet, die Folge, wo ich mich darüber beschwert habe. Ich verstehe gar nicht, warum. Das ist doch einfach nur meine Meinung. Ich sage doch nicht, Mike auf das Scheiße. Einfach mal beigehen und noch eine Holzfarbe endlich mal bauen. Ja, aber nur weil wir die Bäume da abgebrannt haben, wir haben nichts anderes gesagt. Ein Kumpelbäume, wenn man das auch macht, dann kann man sich ja schlecht. 10 Minuten an diesen Kackbaum hinsetzen. Ja. Und jedes eins. Boah, du bist mega laggy. Man kann dich nicht verstehen. Man kann auch gerade nichts machen. Deine Internetleitung hat Schnupfen. Na hier mal ein bisschen barmen, Leute. Brauchen wir. Bring uns. La, la, la. Oh. So. Da taue, da taue. Auf zu trampeln hier. Da hat keiner gesagt, dass du das darfst, Schweinchen Dick. Gib mir lieber ein Kotelett. Danke. Kotelett essen. Braten. Ja, so gut das sein, Junge. Jawohl, Junge. Bin satt, bin ich. Auf zu gackern, sonst kommst du bei uns in den Hühnerstall. Alter, da ist keine Bohnenlegung, du. Ich sag's dir. Müsste, wenn man die Eier von den Hühnern aufhebt, müsste man beigehen und die Hühner müssten dann durchdrehen, Junge. Müssen dann so Killerhühner werden. Ich find's lustig. Und ich? Ich schon. Noch ein Schweinchen. Oh, Schweine Kotelett. Schweine Kotelett. Danke. Oh, lecker, 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 lecker. Yummy, yummy. Lecker, 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 lecker. Na, 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 na. Alter, was für ein Riesengebäude, ne? Oh, ich wollte was. Was du hier baust? Brauchst du noch ein bisschen Stein von mir? Ihhh. Sorry, ich bin voll. Okay, dann nehm ich's. Ich hab dein Inventar wieder aufgefüllt, Alter. Kosten, kosten Bier, Junge. Okay. Okay. Da ist der Riesel der Schnee. Oh. So. Dann wollen wir mal noch ein paar Gemälde bauen, Leute. Nee, erst mal muss ich Stickies. Erst mal muss ich Holz rumwandeln. In Holz. Dann müssen wir Stickies haben. Dann können wir auf Gemälde drücken. Kommen wir so ein, zwei. Oh, mein Inventar ist voll. Warum? Drei. Ja, wir haben noch drei Räume, also drei Gemälde. Ich kann sogar zählen, Mama. Eins, zwei, fünf. Mach überall die großen Bilder rein. Ja, das sieht zwar toll aus, aber das platziert da falsch. Ich kann ja nicht zweimal das gleiche Gemälde da rein machen. Sieht ja blöd aus. Hey, jetzt macht er wieder das gleiche. Hallo? Hat keiner gesagt, dass du immer das gleiche... Hallo? 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 Er baut immer das gleiche. Hallo, lass das. Es gibt nur zwei Gemälde. Ja, nehmen wir halt das. Schreck nicht. Und Zollamt sieht alles gleich aus. So. Fertig. Dann muss ich ein Dach bauen. Was mache ich denn? Machen wir ein schönes Spitzdach. Hä? Ein schönes Spitzdach. Boah, unsere Vögel drehen voll durch, Alter. Guck mal, da steht Jan rum. Er tut wieder nichts. Ich sehe ihn. Genau hinter dem Pfeiler steht er. Seht das? Guck mal da. Oh. Guck mal, jetzt hat er sich komplett versteckt. Ah, ich sehe immer noch seinen Kopf. Guck mal, da ist er. So. Ich baue. Ja, gute Frage, Leute. Ich würde es gerne wirklich spitz bauen, glaube ich, Jan. Ähm. Aber Leben haben wir nicht so viel, ne? Dass ich ein Lebendach bauen könnte, ne? Glaube nicht. Aber ich glaube, es würde hier auch gar nicht reinpassen, ne? Mit Leben. Also ein Ziegeldach. Könnte ja mal gucken, ob wir das haben. Aber ich glaube, wir haben echt nichts, ne? Glaube wirklich nicht. Aber wir sagen damit dann auch erstmal wieder vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt hier bei einer weiteren Runde. Hör den Jan husten. Bis morgen. Tschüss. Tschüssi. 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 Tschüssi.